So, es geht auf in das erste Level der Verlorenen Abenteuer. Was ich vergessen habe, eigentlich beim letzten Part zu sagen, wenn da das geschlossen hat, wie kommen dann die Orks wieder bei Orksmaster E2? Da bin ich ja wirklich mal gespannt, weil Verlorene Abenteuer sind bestimmt irgendwie Level, die Hickchen zwischen den Einzelnen da spielen können. Aber mal gucken. Double Trouble. Oh. Sieht interessant aus. Jetzt will ich auch mal die DLC-Waffen benutzen. So, Double Trouble. Äh, ja, lol. Ja, mein Steam-Ding sieht anders aus. Ich hab mir so einen Skin runtergeladen, ne? Gut, hier kommt ganz viel das. Gut, Zauberbuch. Ne, erstmal Weberin. Weberin nehmen wir. Es gibt so viele, dass ich euch zeigen werde. Und, ich denke, das reicht. Ihr werdet zurückkommen. Was kommt denn alles? Zyklop-Magier? Das ist neu. Der ist neu. Den kenn ich noch mal. Ähm, das auf jeden Fall. Jenes. Jenes, Jenes. Jenes. Auf jeden Fall. Das könnte man auch gut gebrauchen. Genauso wie dies und jenes. Dann nehmen wir noch jenes. Und jenes. Und, ja, den Rest brauche ich. Ich brauche gerade momentan keine von den anderen Sachen hier. Also. Sollte das so in Ordnung sein? Ähm. Ist das nur die Frage? Von wo kommen sie zuerst? Ähm. Das ist jetzt ernsthaft die Frage. Ich stelle einfach hier nochmal sowas hin. Moment. Wenn ich da drauf schieße, dann kippt das doch. Äh. Hoffen wir einfach mal, dass es richtig kippt. Wie ich das denke. Und. Ein kleines Geschenk für dich. So. Und für dich auch. Perfekt. Und. Drauf da. So. Geht einfach sterben da drauf. So. Da werden viele durch dieses Jahr erstmal schon sterben. Und dann. So, so. Und. Stirb. Los. Geht einfach an, sterben. Tja. Tja. Wie der- Wie der geflogen ist. So. Ja. Ich denke jetzt kommen sie von andern weiter bestimmt. Ich guac einfach mal. Könnt's mir gut vorstellen. Sag ich doch Ähm Und Rauf Da Schon mal Und Auch hier Und da hinten wieder drauf schießen So, damit schön viele Einfach mal auf solchen Dingern sterben So Und Weiter hier Haha So Warnung Kann tödlich sein Jetzt war klar, dass die von beiden Seiten kommen Das war so klar Ähm Und dann sind es auch noch solche hässlichen Viecher Ohne Mist Warum gerade dann Solche Ich hasse die Viecher Die Pest Runterkippen So Na los, kippen Ähm Ja Gut geplant ist anders Da steht fest Gut, neue Staaten Gut Da brauche ich eine bessere Planung Unbedingt Mal sehen Weberin Dann nehmen wir Auf jeden Fall trotzdem die hier Umarmt die Dunkelheit Bis später schätze ich mal Ähm Gut Jenes und Jenes auf jeden Fall Dann Jenes und Jenes auch Genau wie das Und das Und Jenes Und Jenes Und Jenes So, am Anfang werden die ja hier kommen Heißt schon mal zwei davon Heißt, darauf werden die auf jeden Fall brennen Oder zumindest ein Teil Warnung Kann zurück sein Heißt, hier wird auch ein Teil drauf brennen So Los Jetzt sterbt da drauf Das bringt mir am meisten Ähm So Ähm Na los Ähm Bams Na los Oh, hier drauf solltet ihr sterben Ähm Andere Seite Und zerschleunigst Aber wirklich schleunigst So Und Brennt So Könnt ihr nämlich hier auch drauf brennen Und Bams 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 Und Los Geht einfach sterben Na los Einfach runterkippen So So Ich muss auf jeden Fall Ein Hier hinstellen Nenn mir ein Sieb Ähm Das ist ziemlich doof eigentlich Die Gleck Muss man jetzt einfach mal so sagen So Na los Runterkippen 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 Runter 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 So das ist doch das ist ein scheiß level ich glaube es einfach nicht ich probiere das jetzt mal anders anzugehen ganz anders beliebige tassels und fortfahren ja weberen das auf jeden fall das steht schon mal so es wird hier gleich dunkel werden ich habe irgendwie auch damit gerechnet genau wie das und das und das auf jeden fall so genau wie das das vielleicht auch noch bringt mir das was vielleicht da ja gut weiter vielleicht nehmen wir auch das mal sehen das und das hier ist mal ganz anders an nur dass das hier in der mitte ist genauso wie die drei davor sind und hätte ich schon mal 200 über 100 über mal sehen ob hier bleiben durch mehr brennen das ist so ein portal so damit die vielleicht da drauf sterben ich muss gleich kotzen so so mams so schnell zur anderen seite äh portal geht schneller zack genau das gleiche nun gut ich muss auf 100 noch warten ich muss auf 100 noch warten deshalb so 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 und los geht sterben so so schon mal den ansatz und der rest und zack 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 so so ähm dann kann ich nämlich hier schon mal so machen und zu einer Seite gehen Moment machen wir das nochmal da runter und mal sehen wie die brennen werden und mal sehen wie die brennen werden so Kobold Läufer sind die lästigsten Viecher und da kommt einer durch ähm so schnell zur anderen Seite äh so so andere Seite bams äh das kann's nicht sein man immer kommt wer durch das ist ein scheiß Level echt mal und das ist das erste DLC Level muss man noch dazu sagen ja das ist das erste DLC Level haha so probieren wir mal was ganz anderes und neues aus äh diesmal ganz wirklich ganz anders so so das behalten wir bei und zwar auf beiden Dingern jetzt nochmal doch wir machen das eine Nummer anders schon und und go heißt das können wir schon mal umkippen so los so und so los 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 so so und andere Seite ähm heißt so 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 aber für uns stellen mal da einen hin und kippen das da um das da um das da um so und noch einmal ach das kippt alles zur Mitte aha eine Freude so so und FAMS na los zur Mitte zur Mitte zur Mitte so na los bleibt mal da drauf und wir haben verloren ähm unbedingt das und jetzt haben wir weiter und das so ist das auch so gut so? äh weiß nicht hier muss ich auch schon mal aufpassen so so na los so ähm ähm so da kommt die Horde so brennt einfach alle so hätten wir schon mal ein bisschen was und stellen hier auch mal eins zwei drei vier fünf und stellen hier nochmal dahin ähm ja da wo ich mit aufpassen kann ist immer am meisten gesichert äh am wenigsten gesichert so so Gott mal sehen mal sehen Knollläufer? natürlich ach da ja 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 natürlich fällt der noch ein A Gugenschütze ist außer gefecht Gugenschütze ist außer Gefecht ja na los Na los Ja, ein Bogenschütze ist gefallen Das ist jetzt doof Ja, günstige Stellung Ähm So Jetzt ist nur die Frage Hm Was brauchen wir einfach Der Paladin ist auch gefallen? Okay So So Zack, zack Zack Ich mach kurz auf die andere Seite Ähm So Ähm Eins Zwei Und Der ist fast tot Etwas feines für dich Hm So So Natürlich So 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 God oh God Und Und. So. So. Natürlich kommt einer durch. Es war so klar. Es war so klar. Jetzt wo alles steht. Da ist alles sicher. 100 pro. Natürlich. So. Drei da. Und dann haben wir da noch. Fünf. So ein Bogenschützen. Ne. Die zwei sind auf jeden Fall zur Sicherheit. Und ein. So. Es ist aber so typisch, dass immer irgendwas durchkommt. Muss man jetzt mal sagen. So. Und. Go. Hier sollte mehr gesichert sein als drüben. Oder? Ja, rein von der Theorie ja. So. Und. Ich glaube, ich glaube, ich muss mich übergeben. Ich glaube, ich muss mich übergeben. So. Und. Und. Und ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Echt mal. Am Ende bleibt. ... wieder nur wieder eine, der durchgekommen ist. Ich sehe das schon kommen. Aber Double Trouble trifft dieses Level ziemlich gut, muss man jetzt mal so sagen. Auf der anderen Seite sollte besser gesichert sein. Meiner Ansicht nach. So. So. Oder auch nicht. Oh. Gut, wenn hier natürlich diese Zyklopenfiecher sind. Dann ist das natürlich was anderes. Dann ist das natürlich nicht besser gesichert, als das hier. So. Und da kommt schon der Genollläufer wieder. So. Vance. So. Was haben wir da? Ein Knollläufer. So, die stehen wieder. Und nochmal so. Die sollten jetzt rein theoretisch eigentlich alle sterben hier auf der Seite. Rein von der Theorie. Zur Sicherheit machen wir nochmal das. Wirklich, jetzt bist du jetzt nur einer durchgekommen? Am Ende wird wirklich nur einer durchgekommen werden. Ich sehe das schon. Komm. Jetzt legen wir nochmal da einziehen. So. Also hier sind die Münzfelder eigentlich relativ gut dadurch, dass man dann mehr bauen kann. So. Und. Zack. Zack. Ja. Ein Trogenschütze ist zu fallen. Ein Trogenschütze ist zu fallen. Aus denen mache ich Frikassee. So. Wow. Da waren aber ein Trogenschütze sind durch. So. Brennt mal schön. Das sind nur diese kleinen Viecher. Nun gut. Dü, dü, dü. Hm. So. Jetzt sollten die alle tot brennen auf der Seite. Hoffe ich jetzt einfach mal. Achso, da habe ich doch schon so eine Leiste. Ah. Gut. Stellen wir nochmal so. So. Und so rein. Jetzt bin ich ja gespannt. Ob das was wird? Wir fahren dir nicht mehr so viel AP. Dü, dü, dü. Ich weiß auch sogar ganz genau, welcher da durchgekommen ist. Ich hatte einfach keine Magie mehr, um den zu töten und so. Also, welcher gestorben ist, kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Aua. Na los. Kippen wir erstmal runter. So. Andere Seite. So. Und. Der stirbt jetzt auch. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. So. Und dieser eine verwert mir die 5. Verbesserung kaufen. 15 habe ich jetzt. Was haben wir da? Wir träumen jetzt die zusätzlich. Ich muss einfach mal das jetzt verbessern. Ja. Magischer Schwefel. So, Kampagnenmenü. So, und damit geht's beim nächsten Mal in den umgekehrten Turm. Heißt, ich hab bestimmt den Turm und die kommen... Also, das Level der Turm. Genau, umgekehrt. Auf jeden Fall bis dahin, ich meine Cantina Jones. So, ich habe ja das abgeholt. So, ich habe das gemacht. So, ich habe das noch.